Das ist jetzt ein Iglu bauen oder was? Eis Stone Path Genau, ein Haus aus Limestone bauen. Das ist dann einfach eine kleine Villa. Wir haben jetzt noch nicht so große Auswahlblöcken. Mir wird halt hier nur dieser Wood Gravel Wall angeboten. Wird nur diese Wood Gravel Wall angeboten, einer anderen Walls haben wir noch nicht. Wir haben noch Holz. Ich habe noch 87 Ashwood. Ich würde aber sagen, das war aus Greg Wood. Da muss man Greg Wood nehmen. Nur einfarbiges, damit wir nicht so helles Holz haben. Da haben wir nur 13 von. Dann müssen wir uns vielleicht noch nice craften. Nice abholen. Greg Wood, hier müssten wir die Bäume mal fällen. Das liegt jetzt gerade auf der neuen. Das sieht dann so aus, wenn wir es bauen. Ja, elegant sieht anders aus, aber daraus können wir doch erstmal eine Grundmauer bauen. Besser als nichts. Ich muss jetzt mal den Baum hier entfernen. So viel Laub wie ich habe, können wir uns auch ein Haus aus Laub bauen. Nein, das ist blöd. Hm. So stecken wir auf den Baum. Dann könntest du mal die nicht hellen Bäume, die dunklen Bäume mal abholzen. Damit wir schon mal die Mauer bauen können. Was machst denn du da? Du wirst es schon sehen. Ich baue eine Wand und der baut die wieder ab. Me Jay. Ich mache hier noch ein bisschen Platz für unser Haus. Ein bisschen Baumentfernung. Was machst du so Nützliches? Machst du so ein hübsches Holz, hübsches Ziegel? Oder was? Super, das ist gleich weg. Super, muss gleich weg. machen. Was auch immer das dann später bringt. So, Baum entfernt. Dann baue ich mal die anderen beim Abschirr. Damit wir noch ein bisschen Holz haben. Woodstab. Aha. Du willst das Haus aus Woodstabs bauen. Könnte lange dauern. Sind ja da nur halbe Blocks. Nee, nee. Widersprichst du mir hier? Widersprichst du hier dem Zwergenfürsten? Ja. Ab mit seinem Kopf. Ab mit ihrem Kopf! Right ist sass. Sehe ich anders. Ich denke Kapi ist sass. Ja, das auch. Ich meine, er hat in der Among Us die Farbe Rot. Das ist das grundsätzlich immer sass. Rot ist einfach eine Warnfarbe. Das muss man einfach. Yellow Flower. Das ist gut. Da muss man ja verdächtig werden. Wood Floor. Wirst erstmal den Floor machen und dann die Wand. Und das wird wieder Nacht. Wie willst du das überhaupt haben? Will ich Wasser haben. Soll ich das einbuddeln? Was willst einbuddeln? Soll ich das jetzt einfach so platzieren das Holz oder soll ich erstmal die Gratschicht unter abbauen und dann das Holz platzieren? Zweiteres. Also ich würde das schon gerne auf der Ebene haben, wo ich das dann. Also wenn du Boden bauen willst, mach mal erstmal. Nicht erhöht, sondern auf der Ebene da. Genau so wie du das machst. Ich sehe es so ein bisschen von oben. Ich besorge weiteres Holz hier. Erstmal besorge ich weiteres Laub. Aber dann. Hier ist ziemlich viel Laub. Das ist ein großer Baum. Meine Fressen. Ist der groß. Also wenn wir irgendwie Heubeilen machen wollen. Das geht ja scheinbar. Du kannst ja scheinbar irgendwie da geschreddertes Gras draus machen. Also wenn du irgendwie in dein Zimmer geschreddertes Gras reinstellen willst, dann wir haben genug Laub. Wir müssen Laub bauen. Wir müssen Laub bauen oder was? Nein. Wir müssen Laub bauen oder was? Das geschredderte Dach. Das geschredderte Platz. Das macht Sinn. Stimmt, das macht Sinn. Nicht aus dem geschredderten. Mach daraus ein Dings hier, ein Strohdach. Das macht Sinn. Aber bevor wir ans Dach kommen, müssen wir jetzt erstmal den Grundriss bauen. Reicht doch schon. Haben wir schon genug. Nee, nee. Ich will ein eigenes Zimmer haben. Gebrochen Sand. Dann müssen wir mal ab an die Wüste. Nö. Kannst dir Sand auf irgendwas herstellen. Wir brauchen sowieso Sand, weil wir später ein Glas draus machen wollen. Für die Fenster. Ein paar Fenster bräuchten wir dann schon. Ich will ein schönes Panoramafenster haben. Der Baum ist mir ein bisschen zu groß. Ich weiß es sind da sogar mehrere Bäume, die ich abbaue. Scheint mir fast zu. Eine ganze Baumschule hier. Eine Nacht, die hast du getötet. Eine ganze Waldorfschule, die ich abbaue. Eine ganze Waldorfschule, die ich abbaue. Ja, ja. Kein Witz, ich war wirklich auf einer Waldorfschule. Ich war Waldorfschule. Nein, ich kann meinen Namen nicht tanzen. Ich kann meinen Namen nicht tanzen. Weil ich zu scheiße war. Das ist unkreativ. Ihr werdet noch im Laufe dieses Projekts bemerken. Nur weil ich in Waldorfschule bin, muss das nicht heißen, dass ich kreativ bin. Doch, genau das muss es heißen. Ich werde jetzt hier noch, also Minecraft Arno habt ihr das schon gesehen. Das ist also, ja. Hier werdet ihr das nochmal sehen. Zum Glück habe ich den Lasmus dabei. Ja, der hat vielleicht ein bisschen... Ja, was heißt unkreativ? Ich meine, Minecraft Arno, da habe ich das gesehen. Ich meine, ich habe relativ wenig oberirdisch gebaut. Das ist so meine Mentalität als Zwerg. Letztendlich war die ganze Welt unterirdisch. Also ich hatte oben auf dem Berg nur ein kleines Höschen stehen. Und praktisch alles unterirdisch. Ich hatte massiv viel... Mein ganzes Leben unter Tage. Gänge und so weiter. Das Gefängnis und so weiter. Das hat sich alles unter Tage. Also wenn du erstmal in das Dorf reinkommst, dann sieht das ziemlich lächerlich aus. Aber wenn du dann... Da gab es ja Keller und so weiter. Da gab es alles. Da ging es ja noch... Ein unterirdisches Tunnelsystem und so weiter. Das ist ja alles. Ich habe mich da mehr aufs Unterirdisch konzentriert. Ach Mensch. Ich bin hier immer noch mit diesem Baum beschäftigt. Wie hoch ist denn die Chance noch? Ich glaube ich lasse jetzt mal das Laub stehen. Woodstore. Das hat einen Eingang gecraftet. So, jetzt kann ich gleich mal die Kiste legen. Verdammt. Ich bin vom Baum gefeiert. Ähm... 40 Dirt. Neue Bootstabs. Ich lege jetzt hier mal ein bisschen was in die... in die Kiste. Das Holz, weil es ja jetzt abgebaut haben, kannst du theoretisch einfach... kannst du jetzt abholen. Die Kiste ist voll. Sehr gut. Was können wir denn hier wegschmeißen? Ein Monster an der Hütte, weil du das... weil du die Tür aufgelassen hast. Tja. Oh. Super Extractor. Wir hätten einen Super Extractor fallen lassen. Du hast hier schon einen Advanced Extractor. Pumpkin Candys lösche ich jetzt mal. Wir brachten den Scheiß. Was? Nicht löschen. Zu spät. Zu spät. Das wäre eine Feilung gewesen. Was wäre das gewesen? Feilung. Ach, kriegen wir los. Fickeln. Habe ich mit. Stone. Und was am Inventar? Ashwood. So. Wo ist das Holz jetzt? Shredded Leaf. Machst du. Das müsste bei meinem Grabstein stehen. Hier. Wo ist das Holz? Ist noch Platz in der Truhe? Wie könnte ich den da rein tun? 88 Quote. Ne, ist kein Platz mehr. So, da ist das Holz. Und die Vines, hast du auch viele davon? Die Vines haben hier gerade keiner. Nicht, dass ich es sehen würde. keine stone rot habe ich hier peak stone habe ich so das gras habe ich ein bisschen blumen ist doch eins haben die sammelst du beim baum abbauen hast das holz jetzt schon mitgenommen oder was dann gibt mir noch mal ein paar mauern das war sie bauen können du hast das haus ja minimalistisch hier das ist mein haus unser wir sind die kommunisten hier ist unser nur wenn wir uns jetzt zwei hölzer nebeneinander bauen wo ich noch ein bisschen steigen auch mein bett uns aus uns aus was nur das holz für die mauer für die wandel in den wänden hingepackt was denn holz für die wände gebaut was denn das hingepackt dann bruch ich mir einfach meins daneben ich würde eher in die andere richtung bauen ein solcher schon größer bauen das soll der scheiß jetzt ich probiere das haus größer jetzt reißt er hier mein holz ab das sieht aber falsch aus das ist auch das falsche holz dafür ach so dass das wandwilz es gibt einen unterschied zwischen wall und floor ja was hast du damit vor ich habe kein holz mehr ich will hier eine tür einbauen da gehört keine tür hin da ist schon eine tür ach so das ist doch noch ein bisschen holz da kann ich mitbauen hol mal mehr holz hat doch schon genug vom baum abgebaut das reicht nicht da macht doch selber macht doch selber ich habe heute schon genug holz abgebaut nimi mi 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 ´w ich bin die ganze zeit schon beschäftigt bei biome abzubauen hier Tonip. Ich habe was zum Essen. Ich brauche Holz. Ich auch. Wo hast du das Holz her? Wie hast du das gecraftet? Oh, jetzt ist die Craft Dingens hier weg. Na toll. Das craftet man ja auch im Inventar. Aber die Sägemaschine, die hast du jetzt weggebracht. Stell die wieder auf. Was hast du zwei davon? Oh, ich habe einen Teppich. Nein, das ist was anderes. Das ist jetzt nicht das. Was versuchen. Wie heißen das? Hölz, was wir hier haben. Woodwall heißt das. Woodwall verhaftet man aus dem normalen Holz von den Bäumen. Mhm. Und für den Floor brauchst du die Wood Slabs. Da brauchst du äh... Ich kann es noch nicht craften. Das habe ich schon mal nicht freigeschaltet. Wood Slabs. Melted Rocks. Und... Synth. So, erstmal die Mauern hier. Achso, die Yellow Wood Wall. Ne, das ist nicht irgendwo nur Wood Floor. Die haben Wood Wall. Ah, da kann ich ja noch... Kann ich doch hier schon einiges craften. Acht Stück. Na, sehr toll. Achso. Das hast du vor. Und jetzt hier gleich weiter oder was? Die nächste Mauer hin. Nö. Oder hier. Nö. Und frag mir mal, was du machen willst hier. Was du vor hast. Du hast mir hier alles Holz weggenommen. Dann kann ich ja hier nicht mehr... Dann kann ich ja keine Wände mehr craften. Rainbow. Go. Holz. 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 Dann musst du jetzt wieder Bäume abbauen oder was? Ja. Das Laub lasse ich aber jetzt stehen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Davon haben wir auch genug. So. Gut. Wohlen. Du musst die selben Holz holen. Du musst die selben Holz holen. Hilfe für Fenster craften. Bevor jetzt das Haus ohne Fenster bauen. Verraten wir mal, was du hier vorhast. Bauen. Ach, hier hast du schon wieder was. Vor allem hier die Fernwände, die du angefangen hast. Fenster holen wir dann später rein. Wird langsam düster bei mir in der Wohnung. Müsst mal Licht anmachen, damit ich hier noch sehe, wo ich drauf klicke. Ja. Der ist ja auch schon nachts. Fast. Äh. Es ist halb fünf. Ja. Für manche ist doch schon nachts. Wenn du aufgestanden bist. Ja gut, ich bin um 14 Uhr aufgestanden, aber gut. So haben wir hier gleich unser kleines Anwesen. Oh, ich habe kein Holz mehr. Weißholz holen. Der Bump steht noch halber dran. Ich bin ja ganz schön. Ich habe das Gefühl, dass du das hier nicht eingeladen kannst. Ich kann es nicht um? Das ist doch. Es ist doch nichts. Es ist doch nichts. Nämlich nicht. Ich bin ja schon. Auch nicht zu. Es geht immer um ein bisschen. Es wird ja vielleicht gut. Sonsten. Drei. Es ist egal. da ist noch eine etage oben drauf oder wirst du schon das dach drauf bauen ich bin noch nicht für dich dann mache ich jetzt noch ein bisschen boden gut flora gut vorm bruch ich wurde selbst und meldet wachs bruch dafür im moment nun kriechen wert und wachs ja da kannst du ein bisschen fertiges bodenholz gehen aus honig sehr gut kann ich hier schon mal weiter bauen da kommt dann noch eine tür rein ich habe noch kein magnetis müssen wir es abbauen hinter das falsche sehr schön so habe ich mir jede Menge gras und stört im inventar wir brauchen dann auch meine neue kiste die kiste die wir dort haben ist schon voll man könnte jetzt auch mal daran denken dass man vielleicht unternehmen den es noch weiter machen aber egal sieht man eh nicht die grasnabe sieht man im endeffekt nicht so da sieht man es nicht mehr ist alles nur optische natur optische natur ich wusste dass das passiert die türen dachte ich mir dass das dir freude bereitet so mir fehlt noch drei boden hast du noch drei boden das ist noch ich bin mir ich stehe mir das woanders hin da ist doch nicht die idee dass wir hier zusammenschlafen ich habe kein holz mehr für den boden da brauchst du noch drei holz hier es musste nicht wiederholen das gott hast du noch drei holz sie haben gern noch ein bisschen okay die fackel steht in der luft so hübsch ja das muss man nicht wiederholen ja 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 ja